Intensiv, emotional, durchdringend, stürmisch, heiß, faszinierend, leidenschaftlich. Es ist Zeit für große Gefühle, für ein Fest der Farben, für ein Programm, für alle Sinne. Es ist Zeit für Z1. Z1 ist Teil eines der größten Medienunternehmen der Welt. Z1 ist Free TV. Z1 bringt Bollywood nach Deutschland. Mission, Verbreitung von Freude. Perfekt. Halt, davon geht's los. Sofort. Dir würde ich mein Leben anvertrauen, mein Junge. Sehen Sie, die Dinge verändern sich. Nein. Seid ihr bereit, Jungs? Ja. 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 Die Leute glauben, dass die Paare, die es bis hierherauf schaffen, bis in die Ewigkeit zusammenbleiben werden. Gut, ich werde kämpfen. Ich werde gegen alle kämpfen. Für Mina. Weil ich sie liebe. Das hier ist eine Nummer zu groß für dich. High-End-Produktionen aus der Kinometropole Asiens. Hunderte von exklusiven deutschen Erstausstrahlungen in Free-TV, in HD. Internationale Megastars. Beeindruckende cineastische Bollywood-Serien. Einzigartig inszenierte Musikclips. Also, was bringt das überhaupt? Ein Programm für alle Sinne. Ich fühle mich wie auf dem Gipfel der Welt. Z1. Ab Sommer 2016 in Deutschland. I feel Bolly good. Ich heiße Rahu. Ich bin 40. In dem Alter hat das Leben meistens schon die eine oder andere Wendung genommen. Meins auch. Eine rasante Wendung, die mein Leben von Grund auf verändert hat. In der Gegend um Komban wird mein Vater von allen Menschen respektiert. Ist ja cool. Nichts da. Mir ist Mafia-Boss. Die Leute glauben, dass die Paare, die es bis hierherauf schaffen, bis in die Ewigkeit zusammenbleiben werden. Ich werde gegen alle kämpfen. Für Mina. Shahrukh Khan. Weil ich sie liebe. De Pika Padukon in Chennai Express. Jetzt auf Z1. 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 Z1.